Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Corona-Tutorial. Vor kurzem habe ich bereits ein Video eingestellt, wie man Jitsi als Web-Conferencing-Tool im Unterricht einsetzen kann, um Abwesenheitsphasen zu überbrücken. Und heute wende ich mich der Frage zu, wie bekommen die Schüler denn Material, wenn die Lehre nicht erreichbar bzw. die Schule geschlossen ist. Der Königsweg führt hier grundsätzlich über ein LMS, also ein Learning Management System, möglicherweise Mavis, Moodle, It's Learning und es gibt noch viele andere dieser Sorte, aber nicht alle Bundesländer haben ein LMS für die Schulen angeschafft oder generell wird es vielleicht an der Schule im Einzelfall nicht eingesetzt. Das heißt, heute stelle ich euch eine Möglichkeit vor, wie man OneNote nutzen kann, um zumindest auf rudimentären Weg Arbeitsaufträge an Schüler weiterzureichen. Das funktioniert ganz einfach mit Microsoft OneNote und ist möglicherweise nicht der eleganteste Weg, aber zumindest so, dass man ihn an das Kollegen weitergeben kann. Natürlich startet das Ganze mit einem Notizbuch, das ich in unserem Fall bereits angelegt habe. Ich habe es eleganterweise Corona genannt, hier unten zu finden. Grundsätzlich sehe ich zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze strukturieren und logisch anordnen kann. Möglichkeit 1 wäre, dass man den Schülern entgegenkommt und das Ganze in Klassen strukturiert. Zum Beispiel kann ich hier Abschnittsgruppen anlegen, Jahrgangsstufe 5 beispielsweise, eine weitere Abschnittsgruppe, Jahrgangsstufe 6 und so weiter. Diese Abschnittsgruppe unterteile ich dann wiederum in 5a, 5b, 5c und so weiter und sofort das gleiche mit all den anderen Klassen. Hier auf der rechten Seite bietet es sich dann an, die Lehrer der einzelnen Klassen aufzuführen. Das wird nachher noch wichtig, beispielsweise Müller, Meier und Schmidt. Das wären drei der möglicherweise zehn Klassenlehrer in der Klasse und damit auch die Seiten, auf denen die jeweiligen Kollegen ihre Materialien einstellen können. Die zweite Methode ist etwas lehrerfreundlicher, ließe sich beispielsweise komplett anders strukturieren, nämlich indem wir hier bei den einzelnen Seiten gleich nach Lehrkräften sortieren. Ich lasse das Ganze mal in der gleichen Logik hier drin und mache hier wieder Meier, Müller und Schmidt und habe jetzt hier unten jeweils die Lehrkräfte. Das heißt, die Schüler müssten später selbstständig auf die hier hinterlegten Materialien der Lehrkräfte zugreifen. Als Lehrkraft könnte ich jetzt hier wieder unterteilen, meinetwegen Geschichte 6, Latein 7, Geschichte 8 etc. und damit haben die Schüler eine grundlegende Struktur. Das nur vorgreifend zur Logik. Der eigentliche Schritt kommt jetzt weiter hier oben unter Datei, nämlich die Freigabe-Funktionen. OneNote ermöglicht es jetzt, ein komplettes Notizbuch freizugeben. Hier lässt sich beispielsweise eingeben, Link anzeigen. Jede Person mit einem Anzeigelink kann dieses Dokument anzeigen. Das ist das, was ich jetzt mache. Habe hier ein Link hinterlegt und kann mit einem Rechtsklick diesen Link kopieren. Ich öffne jetzt kurz mal einen Browser. Das sieht dann ein bisschen kryptischer aus. Dauert einen kurzen Moment, bis es lädt. Hier ist OneNote definitiv nicht die schnellste Variante, aber es ist verfügbar. Der Vorteil an diesem Freigabe-Link, jeder kann darauf zugreifen, aber niemand kann mit diesem Freigabe-Link bearbeiten. Das heißt, im zweiten Schritt wäre es sinnvoll, auch noch weitere Personen einzuladen, nämlich Personen, die idealerweise über ein Microsoft-Konto verfügen. Das heißt, diese Personen können dann aktiv am Notizbuch mitbearbeiten und können hier, wenn kann bearbeiten angeklickt ist, eben Materialien auf den jeweiligen Seiten einstellen. Grundsätzlich dürfte das Ganze leicht umsetzbar sein, etwas problematisch und da ist selbst Disziplin gefragt, muss man sagen, dass natürlich viele Personen, die ein Notizbuch bearbeiten können, ein Lehrer-Kollegium mit beispielsweise 50 Personen, grundsätzlich auch viel Chaos stiften können. Trotzdem ist es, denke ich, eine gute Möglichkeit, Materialien zu verteilen. Möglicherweise bietet es sich an, für jede Jahrgangsstufe einen Betreuer oder eine Art Admin einzustellen, sodass nicht mehr als zehn Personen an der OneNote-Struktur rumpfuschen. Idealerweise sollte man OneNote schon einmal benutzt haben, aber dann ist es sicherlich kein Zauberwerk. Jetzt, nachdem ihr euer Notizbuch erstellt habt, es vielleicht sogar schon mit Inhalt gefüllt habt, Materialien eingefügt habt, stellt sich natürlich noch die Frage, wie erhalten die Schülerinnen und Schüler Zugang zu diesem Notizbuch. Einfach dazu den Freigabelink, den zuvor erstellten allgemeinen Freigabelink kopieren und beispielsweise auf die Homepage der Schule setzen oder die Schüler per E-Mail informieren oder aber den Freigabelink in einen Linkschortner wie Bitly, TinyURL oder dergleichen mit einem schlagkräftigen, leicht merkbaren Titel versehen und diesen dann an die Schüler weitergeben. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Bleibt gesund und hoffentlich geht's bald normal weiter. Ich hab jetzt ein Entspanierger, in der EU-Kinda ça geholfen? Also, wir sehen uns schon wieder die Schule vollkommen. Ich habe mit dem Betirden,heure스-Pонziplin heraus bajo.